Hoi Leute, auf dem Hamburger Dom hier! Die Shredder sitzen gerade in der wilden Maus und rocken das Haus. Ihr seht, bei uns läuft! Bei uns läuft! Heute nicht im Bodybuilding-Mobil, sondern im Shredder-Mobil. Im Shredder-Mobil. Der Grund für das Video, das ist einer der wenigen englischen Videos, Jungs, nimmt uns das nicht krumm. Die Aufnahme ist schon ein bisschen älter. Und deswegen nimmt uns das nicht krumm, dass das Video auf Englisch ist. Oh, jetzt geht los! Digger, krass, dein M6 ist ein Scheiß, sag ich! Get out of the boat! Get out of the boat! Nice! So, let's start! We have some food preparation right now. So, we have already the eggs in it. So, you see 10 egg whites right now and 5 yorks. So, we split them. Yeah, that's it. So, we start with the oats, because they are whole oats. And we want to fresh them now. In general case, you can take a scale, but I have a good eye for it. So, I know already how much we need. So, in a general case, you need 50 grams of oats. I take some more, because I make the double-off amount. And I take already the line seeds in it. And after that, we shred them. So, I take two scoops. If you want, prepare only one meal. You take for sure only one scoop. Then the perfect fat sauce for you. Line seeds. Okay, we have them now here. So, by the way, you can, of course, eat them without anything. They are sweet. They are tasty. They taste a little bit, I think, I hope, like vanilla and strawberry then. But I love it also to put a little bit honey on it. And, of course, peanut butter. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Or, instead of peanut butter, you can also take the almond butter. I love that sheet. In case with honey. And let's go. That shred? Shred it as fuck. Yeah. Look. That's how it looks. Nice. Turn on. Huh? Turn on. Them veins. Them veins. Them veins. So for the special pump. Okay. That's it. Great. And we mix now all other ingredients in it. Starting with the eggs or what? Yeah, you can choose whatever you want. We need all of them. Stay careful. Baking powder. Stay safe. Bop bop bop. Bop bop bop. Nooooooooo! Bop 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 bop. Bop 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 bop. Bop 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 bop. One scoop. From all. Kurt cheese. The... Mmmmmm. Daddy Gains. Ah. Gains. Pfeifern. Strawberry. Ich denke wir beginnen mit dem, um es zu mixen. Und dann, wir setzen die letzten Sachen in. Ich denke, das ist der perfekte Drink, so du kannst das Drink. Es schmeckt sehr, sehr tastierisch. Aber das ist nicht die Idee hier. Die Vanilla Kazin Powder. Hopefully, du kennst die Unterschiede von Kazin und Weih. Wenn du nicht, dann fragst du uns in den Kommentaren, wir geben dir einige Tipps. Oder vielleicht ist das ein guter Tipp für ein weiteres Video. So, ein Scoop von dem. Ich denke, das ist ein bisschen mehr als 30 Gramm. Und natürlich ein großer Scoop von dem. Und wir nehmen zwei Scoops. Das extra Scoop? Ja, das extra Scoop von Weih. Das ist ein amerikaner Produkt. Das ist ein sugar-free Syrup. Syrup. Mit Caramel Flavor. So, wir nehmen ein bisschen. Das ist für die Taste. Und, last but not least. Cinnamon. Ja. Das ist das. Ja. Das ist das. Loslassen. Das ist alles. Okay, es ist jetzt für das Business. Alle ist bereit. Die Pancakes sind bereit. Die Pancakes sind bereit. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. F***. Los geht es! Los geht es. Los geht es. Los geht es! Los geht es! So, look, 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 look. The Dove, ready, done for the oil. Yes, put the oil in it. Oh, that's too much. So guys, look at this here. Fucking, can't be too much. Look, that one. That one. That size of oil is enough for the whole Dove. So you can make all of them. So what we do is, goodbye. That's enough. That's way too less. That's enough for one. You see? Do you use more oil? Okay. I think the best idea is when you come with the camera right inside the pan. Let's start the first one together. So it's your choice, how big, how small. I love it on this side. Just perfect. Can't be enough oil. It's way too less. For you? Yeah. So then you hit more than one. Maybe two, three, four, five, six, seven. It gains. Debug mode. Not enough oil. I'm hungry. 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 Oh. Damn gains. So guys, we hope you enjoyed this video. We will enjoy the pancakes right now. Please give us a thumbs up if you like it. If you want to see more cooking videos. Yeah. That's it for today. Have a good day. And keep hungry. Road to Glory by Jill and Sai. Gym Aesthetics at its finest.